Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zur direkten Reaktion von Anthony Joshua gegen Francis Ngannou. Wir haben den Kampf live gesehen, Freunde. Absolut geisteskrank, wie das Ganze ausgegangen ist. Ngannou wurde von Anthony Joshua brutal ausgenockt und ja, das haben auf jeden Fall die meisten kommen sehen. Ich habe auch gesagt, dass AJ in diesem Kampf auf jeden Fall vorne ist, meiner Meinung nach. Ngannou aber einiges möglich machen kann. AJ hat hier für Francis Ngannou genau zwei Runden gebraucht, um das Ganze zu beenden, um den Sack zuzumachen. Ngannou kam sehr gelassen in der ersten Runde rein, hat AJ ordentlich gepressiert, hat versucht, ihm viel Schaden zu machen. Aber Anthony Joshua hat ihn direkt mit seiner Rechten auf den Boden geschickt in der ersten Runde. Hat ihm klargemacht und hat ihm gezeigt, ey, gegen mich kannst du nicht so kämpfen wie gegen Tyson Fury. Und da ist Ngannou gegen Fury auf jeden Fall auch ganz anders in den Kampf gestartet. Viel weniger pressend, viel weniger selbstbewusst. Gegen AJ ist er direkt nach vorne gestürmt und hat dafür halt auch direkt die Antwort bekommen. Ngannou hat hier gegen Anthony Joshua wirklich gar kein Licht gesehen. In der zweiten Runde war es auch nur eine Frage der Zeit. Er wurde mit mehreren guten Shots getroffen. Die kamen bei AJ immer weniger oft gut durch. Sein Jab war schön platziert und irgendwann kamen dann nochmal die Rechte. Und Ngannou ist wirklich aufs Brutalste zusammengeklappt, Freunde. Also so hat man Ngannou noch nie K.O. gehen sehen. Beziehungsweise, ich glaube, er ist überhaupt noch nie K.O. gegangen in seiner Karriere. In der UFC nicht und im Boxen ja sowieso nicht. Er hat überhaupt auf die Bretter gegangen. Ich meine, er war bekannt für sein krankes Kinn und gegen AJ dann so K.O. zu gehen, ey, ist auf jeden Fall möglich gewesen. AJ war bekannt für seine Kracherrechte, die er hat und die hat man halt auch gesehen. AJ ist ein ganz anderer Typ als Tyson Fury. Und so wie AJ heute ausgesehen hat, hätte er den Tyson Fury, der gegen Ngannou gekämpft hat, auch zerstört, meine Meinung nach, Freunde. Aber, da müsst ihr mir eure Meinung mal in die Kommentare schreiben, was sagt ihr zu diesem Fight, was sagt ihr zu dieser Schocker-Performance, Freunde. Lasst unbedingt mal ein Like und ein Abo da. Und ja, das wäre es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal hier bei Notime in May.